Sovardika. Herzlich Willkommen. Ich bete zu Gott, dass er Sie segnet. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, um Gottes Wort zu hören. Ich bin sicher, dass Sie durch die Salbung der Bibel die Kraft erhalten und Leben beziehen. Und ich bete zu Gott, dass er Sie durch dieses Video, eure Fragen beantworten kann. Im Namen von Jesus. Amen. Svardika. Gott sei mit euch allen. Heute möchte ich etwas lehren über die Wahrheit des Himmels. Wenn wir Christen geworden sind, dann sind wir auch Kinder Gottes. Unser Gott ist unser Vater erst mal. Er ist unser Retter vom Verderben. Er ist unser Arzt. Und er ist unser Herr, der unser Leben leitet. Gott ist nicht einer, der nur wartet darauf, dass wir ihn gebrauchen. Und als Christen, sollten wir wirklich Gott gehorchen. Weil seine Befehle sind immer gut für uns. Wie die Eltern, ihren Kindern sagen, du musst in die Schule gehen und was lernen. Und die Eltern sagen den Kindern, ihr müsst genau zur Zeit essen und duschen und ins Bett gehen. Und dann sagen sie den Kindern, wenn du in der Schule bist, hör gut zu. Und die Eltern haben ein Ziel, dass es den Kindern später gut geht. Und genau so sind die Befehle Gottes auch für uns in der kurzen Sicht und auch in der langen, in der länge der Tage wirklich wertvoll für uns und sehr gut. Heute möchte ich über einen Befehl Jesu sprechen, den er uns gegeben hat. Und dieser Befehl, der dient uns auch nur zum Guten. Lukas 22, Vers 19 Da lesen wir. Hier sehen wir, dass Jesus den Befehl gegeben hat. Das tut zur Erinnerung an mich. Und das ist eine Teremonie, die Jesus uns aufgetragen hat, dass wir das Brot brechen und den Wein trinken. Und die ersten Jünger haben das sehr genau befolgt. In der Apostelgeschichte 20, Vers 7 Da sehen wir, wie sie diesem Befehl gehorcht haben. Da lesen wir, am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern. Paulus predigte, da er am nächsten Tag abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht. Die Christen und die Jünger in der ersten Zeit haben auch das Brot gebrochen. Heute möchte ich darüber lehren, über diese Zeremonie, dass wir das Brot brechen und den Wein trinken. Und wir nennen diese Zeremonie, das Abendmahl. Im Englischen heißt es Communion, das heißt Gemeinschaft. Das heißt, wir sind eins untereinander. Wir können das jetzt Abendmahl nennen oder Gemeinschaftsmahl, das ist das Gleiche. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 Da lesen wir, dass die Jünger das regelmäßig gefeiert haben. Da lesen wir, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Hier sehen wir, dass sie ganz eifrig dabei waren und sich hingegeben haben, dass sie regelmäßig das Abendmahl miteinander gefeiert haben und Gemeinschaft hatten. Herr Himmlischer Vater, lehre uns heute, dass wir diese Zeremonie verstehen, was sie bedeutet. Damit wir, wenn wir sie feiern, dass wir es auch verstehen. Und dass wir es im Glauben tun. Und dass wir verstehen, welche positiven Auswirkungen dieses Abendmahl für uns hat. Wir danken dir im Namen Jesu. Ich möchte aus Lukas 22 lesen. Das ist über das erste Mal, dass Jesus diese Zeremonie mit den Jüngern gehalten hat. Das Fest der ungesäuerten Brote rückt heran, an dem die Passa-Lämmer geschlachtet wurden. Jesus schickt Petrus und Johannes vor, und sagte, geht und bereitet das Abendmahl, das Passa-Lämmer vor, damit wir es gemeinsam essen können. Wo sollen wir denn hingehen, fragten sie ihn. Er erwiderte, wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Und er folgt ihm bis zu dem Haus, in das er eintritt, und sagt zu dem Besitzer. Der Meister fragt dich, wo ist der Raum für Gäste, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa-Lamm feiern kann? Er wird euch die Treppe hinauf, zu einem Saal führen, in dem schon alles vorbereitet ist. Geht voraus und richtet dort alles her, und sie machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genau so vor, wie Jesus gesagt hatte. Als es so weit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passa-Mahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Nach diesem Abendmahl wurde Jesus gefangen genommen und ans Kreuz geschlagen. Wir sagten, Herr Denglein, dass wir nicht mehr die Passa-Mahl von der Passa-Mahl auf den Passa-Mahl geschlagen werden, weil wir die Passa-Mahl verletzt, die Passa-Mahl der Passa-Mahl in der Pfändinie der Frau. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, Wir sagen, Herr Denglein, dass wir nicht mehr die Passa-Mahl von der Pfändinie der Frau. Wir sagen, Herr Denglein, dass wir nicht mehr die Passa-Mahl in der Pfändinie der Frau. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und dann nahm er ein Brot, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sprach er es in Stücke, reichte es den Jüngern mit den Worten, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zu meiner Erinnerung. Nachdem es nahm er einen weiteren Becher mit Wein, und sagte, Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem ausgegossenen Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Rai Pan-Pi-Kon-Pay-Yesu-Bam-Möng-Göld, Chau-Hebrü-Li-Chau-Yu-Nan, benn-Thad-Yu-Neu-Neu-Prä-Tet-Egypten. Viele tausend Jahre vorher waren die Israeliten Sklaven in Ägypten. Und da wurden sie gequält und von Pharao geknechtet. Sie waren Sklaven, sie waren sehr arm. Und sie schrien zu Gott, Gott schick uns einen Helfer, dass wir hier rauskommen. Und danach hat Gott ihnen einen Helfer geschickt, der sie herausgeholt hat und befreit hat aus dieser Knechtschaft. Dieser Mann hieß Mose. Und diese Geschichte könnte im 2. Mose nachlesen. Und in der letzten Nacht, bevor Mose die Kinder Israel aus Ägipten herausführte, erhielten sie dieses Passamahl. Und Gott hatte ihnen dem Mose den Befehl gegeben, sie sollten ein Lamm schlachten. Und in dieser letzten Nacht zusammen essen, als Nahrung. Und sie haben das Blut des Lammes und jedes Haus sollte ein Lamm schlachten. Und dieses Blut haben sie dann an die Türpfosten und über die Tür gestrichen. Und dann saßen sie alle in dem Haus und warteten auf die Hilfe Gottes. Und in dieser Nacht hat Gott einen Engel nach Ägipten geschickt. Und dieser Engel ist in ganz Ägipten herumgegangen. Und in englischen heißt es pass-over, das heißt vorbeigehen. Das heißt so viel wie der Engel ging durch die, über das ganze Land hinweg. Und an den Häußern, wo der Engel das Blut gesehen hat über der Tür, das durfte er nicht rein um sie zu zerstören. Aber alle Häuser, die kein Blut an den Türen hatten, da ging der Wirke Engel hinein und hat den erstgeborenen Zohn und auch die erstgeborenen Tiere, die in dem Haus waren, getötet. In dieser Nacht sind viele, viele erstgeborene Kinder in Ägipten gestorben und auch der Sohn des Pharao. Pharao lusen, dass sie nicht so viel, dass sie nicht zu zerstören. Und da hat der Pharao erkannt, er kommt gegen Gott nicht an. Er hat sich ergeben Gott und ließ dann die Kinder Israel aus dem Ägiptenland rausgehen. Und da sind die Kinder Israel aus der Sklaverei herausgekommen, aus Ägipten. Und am Ende kamen sie dann in das Land der Verheißung, in dem Milch und Honig die Fülle war. Diese Geschichte, die ich erzählt habe, das ist eine wahre Geschichte, die wirklich geschehen ist. Pharao ist ein Papier der Sataan, die kohle, 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 die kohle. Der Pharao ist ein, entspricht dem Teufel oder dem Sataan, der die Menschen gefangen hält und fest hält. Die Soldaten des Pharao entsprechen den Dämonen, die die Menschen festhalten und sie zerstören. Und Mose ist das Bild für Jesus, der uns aus der Gefangenschaft das Sünde herausholt. Und wir kommen aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft des Teufels heraus und kommen in ein Land mit der überfließenden Fülle. In jedem Haus der Israeliten mussten sie ein Schaf töten und sie haben das Blut an die Türpfosten gestrichen. Und dann haben sie das Fleisch dieses Lamms gegessen und das war das Passa-Lam. Und das Lamm, das geschlachtet wurde, ist ein Bild für Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Das Blut, das die Kinder Israeliten an den Türpfosten gestrichen haben, das weist uns hin auf das Blut Jesu. Herr Rieben, Jesus wurde ans Kreuz geschlagen und getötet am Tag des Passa-Festes in Israel. Und wir haben gerade gelesen in Lukas, dass sie das Passa-Lam, Passa-Fest gefeiert haben miteinander. Genau dieses Fest, was Moses damals gesagt hat, sie sollten es feiern. Und die Prophetien, die hinweisen, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das ist da Realität geworden, als Jesus gestorben ist am Kreuz und sein Blut für uns vergossen hat. Und nachdem die Israeliten von Ägypten rausgezogen sind, hat Gott dem Mose gesagt, dass das Volk Israel soll jedes Jahr einmal im Jahr das Passa-Fest feiern und zur Erinnerung an was da im Ägypten passiert ist. Und wir sind jetzt nicht mehr im Alten Testament, sondern wir leben im Neuen Testament. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat uns befreit von der Sünde. Und wir feiern nicht mehr das Passa-Lam, was Jesus damals gefeiert hat vor seinem Tod. Jesus hat uns eine neue Zeremonie geschenkt. Und wir schauen nicht mehr auf das Schaf, das geschlachtet worden sind, sondern wir schauen auf Jesus hin. Die Israeliten haben jedes Jahr dieses Passa-Lam gefeiert zur Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft, dass sie frei kamen aus Ägypten. Und heute feiern wir das Abendmahl, um immer wieder uns daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und jetzt möchte ich weiter lehren darüber, welche Bedeutung dieses Abendmahl für uns hat. Und wie wir das Abendmahl am besten feiern. Und wenn wir es jetzt nicht in der kurzen Zeit nicht schaffen, dann geht es beim nächsten, bei der nächsten Lehre weiter. Im 1. Korinther 11, Vers 23-30 hat Paulus dieses Abendmahl beschrieben. Da schreibt Paulus, Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, Das ist mein Leib, der für euch dahin gegeben wird. Tut das zu meiner Erinnerung. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot äst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst, oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot äst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot äst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann äst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank, und einige sind sogar gestorben. Ja, jetzt möchte ich das weiter erklären über das Abendmahl. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, das Abendmahl zu halten. Das Brot, das wir brechen und dann untereinander austeilen, das ist der Hinweis auf den Leib Christi, der für uns gebrochen wurde. Der Leib Christi wurde geschlagen, er wurde ans Kreuz genagelt. In der Zeit, Herr Jesus hat ihn verraten, er hat ihn verraten, und er hat ihn verraten. Er hat ihn verraten, und er hat ihn verraten. Er hat ihn verraten, und er hat ihn verraten. Und dieser Wein ist, weist uns hin auf das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat. Was bedeutet nun dieses Abendmahl? Die erste Bedeutung finden wir in Epheser 1, Vers 7. In Him, lesen wir da, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in Präer 9, Vers 22 lesen wir, Aber letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und Offenbarung 1, Vers 5 lesen wir, Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, Der als erster von den Toten auferstand, und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt, und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Alle drei Verse, die ich gelesen habe, sprechen vom Blut Jesu. Und dieses Blut macht uns frei von der Sünde. Es wäscht uns rein von der Sünde. Und jedes Mal, wenn wir diese Traubensaft nehmen und zu trinken, dann danken wir Jesus. Und dieser Wein bedeutet, unsere Sünden aus der Vergangenheit, sie sind vergeben, sie sind nicht mehr da. Und wenn wir zum Beispiel nächsten Sonntag das Abendmahl feiern, dann bedeutet das, dass alle Sünden, die wir vorher getan haben, dass sie alle rein gewaschen werden, durch das Blut. Wir brauchen nicht mehr immer mit einem Schuldbewusstsein herumlaufen und sagen ja, und mit einer Anklage im Herzen, die uns ständig verfolgt. Wir können neu anfangen, neu zu leben. Die Israeliten, die aus Ägypten herauskamen, die haben später nicht mehr an Ägypten gedacht, sie haben alles zurückgelassen. Die erste Bedeutung ist, dass die alten Sünden alle vergeben sind. Ich habe mal eine Religion angehört, und da musste man immer alle Sünden wieder gut machen, durch irgendeine Art. Und in der alten Religion, die ich gehalten habe, da gab es keine Vergebung. Jede Sünde musste irgendwie gesühnt werden. Aber nachdem ich Jesus kenne und ihm angehöre, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen über die Sünde, denn er hat sie weggewaschen, alles. Hebräer 9, Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Hebräer 10, Vers 22. Hebräer 10, Vers 22. Hebräer 10, Vers 22. Wenn wir das Abendmahl feiern sollten, wir unsere Sünden bekennen vor Gott. Und wir glauben fest, dass er uns die Sünde vergeben hat. Wir brauchen nicht mehr an die Vergangenheit zu denken oder darüber zu sprechen. Das ist vergangen. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch unser Gewissen reinigen durch das Blut, damit es uns nicht mehr anklagen kann. Es kann sein, dass wir vor langer Zeit mal eine Sünde begangen haben, die uns immer wieder anklagt. Und da haben wir keine Freiheit. Ein Beispiel, als ich ein junger Mann war in Thailand. Ich habe viele junge Männer getroffen und gesehen und miterlebt, die von einem Mädchen zum anderen gegangen sind und keine Verantwortung übernommen haben und praktisch viel damit kaputt gemacht haben. Und als ich in dieser Umgebung groß geworden bin, hat sich mein Gewissen auch verändert und ich habe gedacht, das macht gar nichts, wenn man mit anderen Frauen schläft. Aber nachdem ich diese Vergebung von Jesus bekommen habe, da hat sich auch mein Gewissen verändert. Und ich jetzt weiß nicht ganz genau, das ist ganz schlimm, wenn man seine Frau verlässt. Und viele Jahre hat sich das in mir entwickelt, dass dieser Gedanke immer stärker wurde. Das ist die erste Bedeutung vom Abendmahl. Und beim nächsten Lehrern werde ich weiter darüber sprechen, was das Abendmahl noch alles bedeutet. Erstens, zusammenfassend, es ist ein Befehl, das Abendmahl zu feiern. Jeder Christ sollte diesem Befehl gehorsam leisten. Und die Bedeutung ist, die vergangenen Sünde wurde reingewaschen, weggewaschen. Und durch den Glauben wird unser Gewissen gereinigt. Und ich möchte einladen, beim nächsten Mal weiterzuhören. Gott sei Dank, dass ihr alle so eifrig dabei seid, mitzuhören. Gott segne euch und wir laden sie ein, gleich weiterzuhören. Im Namen Jesu bitte ich um die Gnade, dass ihr über euch runterkommt. Amen. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort Nahrung für den Heiligen Geist ist. Ich bin mir sicher, dass ihr die himmlische Nahrung durch dieses Video erhalten habt. Und dass Gott euch Kraft und Salbung schenkt und euch auf eurem Weg begleitet. Bitte den nächsten Tag folgen. Sawadee kaa.